so guten morgen herzlich willkommen wir machen heute ein Cyanawade das dürfte eigentlich nicht lange dauern es müsste relativ schnell gehen Niki und ich machen den alleine per ferndreh pass wir sitzen noch schön zu hause gerade wir haben es jetzt wochenende und ja 5 4 3 2 1 go müsste schnell gehen viel spaß dabei hoffe ich zumindest außer wir verlieren denn wäre das mal ein Schuss in den Ofen das sieht eigentlich nicht schlecht aus das ist wie der Ane als immer so ein Schwäßling nö gegen Despotter also gegen meinen Hundemann sieht es schon ein bisschen anders aus den Hundemann haben wir natürlich entwickelt aus Hunduster Dienstag war ja diese Rampenlichtstunde mit Hunduster und da habe ich ein tausend über tausend 22 oder so ich weiß es jetzt nicht genau auf jeden Fall Hundemann gefangen mit fünfzehn drei Hundes Hunduster gefangen Entschuldigung mit 15 13 15 und ein Shiny hast du nicht? Nein Shiny hat Niki gefangen ich habe leider kein Shiny gehabt aber wir wollen haben beide sind Despotter ich habe jetzt Despotter ja der ist besser als Hundemann gegen zumindest gegen Sianer super zöcke ich weich nicht aus ja ja man knirrt ja komm mein Dicker das schaffste jetzt ist mein erstes Pokémon tot vom Nachthahre aber die haben wir ja gleich geschafft das hätte man auch alleine geschafft aber warum soll man da kriegt man ja mehr Bälle und mehr Items ja je schneller man wird das haben sie ja nun bearbeitet den Weight Guide ja dann ist aber nicht schlecht aber na Despotter komm du schaffst das ich will nicht noch ein drittes Pokémon anfangen komm mach ich an jetzt hier nein der ist tot bei mir ist er noch nicht tot achso komm Despotter jetzt Despotter hat gerade die Sturm und da hast du Hufe hier oben super wenn es denn kein drittes angefangen naja guck mal so schnell waren wir auch nicht ich hätte das bisschen schneller guck mal wie viele Bälle 18 Bälle 9 Beleber super Tränke schön und 5000 EPs ne ich glaube auch nicht 1744 oh 1744 ist gut hat das ein Boost nee 1770 oh das klingt schon wieder so nach hohen IVs schwer zu fangen komm mach nochmal Psyaner wir haben natürlich schon Psyaner entwickelt aus Evoli aber ich hab gedacht oder wir haben gedacht also noch ein zwei Psyaner können uns nicht schaden ja ist drinne ja also ich hätte am liebsten Wetter boostet habt aber ist egal ne bei mir noch nicht ne klar zwei Sterne oh super und zwei Sterne so ein Evoli zu fangen ist schon mal gar nicht so leicht 1770 ist zwar nicht mein perfektes aber man kann es oh ist drinne ist man kann es ja aufleveln so schlag ein jawohl so ich guck mal Konfusion und Psychokinese kann meine und oh 11 15 12 ist ok na Jeffrey wo willst du hin so ja Konfusion Psychokinese das könnte ich jetzt noch aufpowern ihr seht ja ich hab nicht sehr viel Sternstaub weil ich leider in letzter Zeit nicht viel weil es heißt ja immer power up power up power up oder mach ich das auch immer und ich hab nix mehr nix mehr über so das war's ich hoffe es hat gefallen bis zum nächsten Welt bis dann ja